Hi, ich bin Nikolas, bin Fluglotse am Airport Weeze und wir sind hier im Tower acht Kollegen. Also tatsächlich macht mir am meisten Spaß die Abwechslung. Ich weiß nicht, was mich jeden Tag erwartet und jeder Tag ist anders. Anderes Wetter, andere Piloten, andere Situation und dementsprechend immer abwechslungsreich und jeder Tag hat neue Herausforderungen. Eine normale Woche in dem Sinne sieht bei uns hier am Standort Airport Weeze so aus, dass ich fünf Tage arbeite, danach drei Tage frei habe und das rotiert so immer durch. Und dabei ist es so, dass ich am ersten Tag der fünf Tage in der Regel mit einem Frühdienst beginne, dann irgendwann auf den Tagdienst wechsle und irgendwann mit einem Spätdienst oder mehreren Spätdiensten die fünf Tage beende.